Action Heroes bei Kabel 1. Ein Top-Spion bittet zum Tanz. Die Uhr läuft. Er beherrscht jeden Stil. Tom Cruise. Ein Mann, dem eine Mission nicht genug ist. Hier geht's nicht um eine schwierige Mission, hier geht's um eine unendliche Mission. Mission Impossible 1 und 2. Am 2. und 9. August um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Sie wissen nicht, was Sie verpassen. Und dann ist Sieique.